Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und willkommen zu einem kleinen Video. Ich wollte fragen, ob ihr mir denn eventuell Fragen in die Kommentare schreiben könnt, denn ich möchte ein Frage-Antwort-Video zum 10.000 Abonnenten-Special machen. Nicht nur das, sondern auch andere Videos, aber das wird einer der vier Videos sein. Lasst euch einfach überraschen, ich hoffe ich bekomme das alles hin. Schreibt mir Fragen in die Kommentare, bitte sinnvolle, nicht solche Fragen wie, wie ist deine Bankleitzahl oder irgendwie sowas, sondern auch Fragen, die man gut beantworten kann. Solche Fragen wie, wie heißt das Programm, würde ich jetzt auch akzeptieren, aber ich werde sie natürlich nur einmal beantworten im Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim 10.000 Abonnenten-Special wieder. Also schön Fragen in die Kommentare schreiben. Vielen Dank und bis bald.